Du hast was für mich? Ja, was denn? Ich habe hier wunderschöne Fotogeschenke bekommen mit den Bildern von meinen Tieren. Einmal auf den sogenannten Mixpix-Rahmen, die kann man mit einem Magnet ganz leicht an die Wand anbringen. Einen Wandkalender für das Jahr 2023. Dann gibt es noch eine schöne Leinwand in der Größe 40x30 cm. Und ein Kissen mit dem Namen von meinen zwei Katzen drauf. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut und wenn du noch auf der Suche bist nach dem passenden Weihnachtsgeschenk, dann schau doch gerne bei meinfoto.de vorbei.